Es treibt mich was zu klauen mit Gewalt, selbst vor wächtern Flügeln mache ich nicht halt. Ach wie süß, wenn ich erwischte mit dem Baum, und ich brauch auch nicht so angeklagten Wagen, denn ich bin ja verrückt, Gott sei Dank. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Was hängt denn gerade dran? Sag ich gleich, ich knet die Frau, ich flieh sie nun. Ach, verstecken Sie, ach, verstecken Sie Ihren Mann. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein, Denn soweit ich ganz so glücklich wär, hätt ich eine Nacht traurig sein. Wird es nicht reizend, wenn auf der Straße auf uns zeigte eine ganze Menschenschau und spreche. Reizend? Sind die nicht reizend? Sind die nicht richtig ein reizendes Baum? Sind die nie so glücklich sein, dass wir sie in den Jahrhdad haben, dass sie in den Windfl Natur bauen, müssen wir sie problème haben. Vielen Dank.